Akzeptiere ich nicht, ja, das kannst du nicht mal, auch mal am Freund, das ist doch ein Scheiß, soll die selbe Fisch bei mir, natürlich alles, das sage ich dir, und das ist mir auch irgendwie nicht aufgefallen, super, genau, was kann ich gefunden, und dann, der blaue Switch Palace, erst das, dann das, yeah, und aktiviere den wieder, ist doch eindeutig blau, Gott, und hier musst du, hier da unten, Alter, lass mich nach unten gehen, hier müsste irgendwo ein geimer Ausgang sein, ich finde den nicht, ah, werde ich mich aufs Glück, man, aber wir wollen ja weitermachen, habe ich das denn nicht geschafft, ich würde schon sagen, habe ich ja geschafft, ich habe es immer noch Geisterhäuser, Beginnen des Levels, aber geht einigermaßen, Herste Brunnel, mach, nee, irgendwie, irgendwie, ach, Mist, gut, von hier fangen wir dann wieder an, ich versuche jetzt auf das, auf die Flamme zu spinnen, jumpen, nee, ich glaube ich mache das, ich muss, ich muss jetzt, ach, mir doch ein bisschen anstrengend, Autsch, 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 Ach, ruft die Flamme im Kameranz. Lass mich hier durch. Die Unverwundbarkeit ist genau an dieser Stelle. Ah, rein da, rennen, rennen, rennen. Ha. Ach, Mist. Ah, Mist. Was ist das? Okay. Scheiß Zufallsprinzip. Oh, lass mich durch. Nein. Höchste Geister. Höchste. Autsch. Und so. Gucken. Hm, ja nun mal. Kommt mal mit ihr da rein. Ja, warten. Hm. Hm. Ach, dann verstehe ich das Prinzip. Autsch. Okay. Okay. Dann. Erst auch schön angucken. Jetzt kommt mit. Not go. Nein. Nein! Falsche Taste! Ach kacke! Zu lange gewesen! Ja dann würde ich sagen... Das waren jetzt diesmal zwei Folgen... Aaaaah! Zu lange gebraucht! Mist! Schade aber auch! Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Super Mario World! Bis dahin! Tschüss!